Hi, ich bin Michelle, ich bin 25 Jahre alt und habe eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht. Damals in der Schule habe ich mehrere Praktika gemacht, also sowohl Schulpraktika, aber auch in den Schulferien und habe mir so einige Sachen angeguckt und dann unter anderem auch in einem Kinderheim ein Praktikum gemacht und es hat mir so gut gefallen, die Arbeit mit den Jugendlichen dort, dass ich entschieden habe, dass ich eine Ausbildung zur Erzieherin machen möchte. Der Ausbildungsalltag unterscheidet sich letztendlich nicht wirklich vom schulischen Alltag, da ich eine schulische Ausbildung gemacht habe, das heißt, ich bin zwei Jahre in die Berufsschule gegangen, habe dann zwischendurch mehrere Praktika gemacht im Kindergarten, in der Grundschule, aber auch im Kinderheim. Am Ende der Ausbildung folgt dann ein Jahr das Anerkennungsjahr, wo man dann ein Jahr in der Einrichtung arbeitet. Besonders an der Ausbildung mochte ich, dass ich in die unterschiedlichsten Bereiche wirklich reingucken konnte, also sowohl in den Grundschulbereich als auch in den Kindergarten, im Heimbereich kannte ich mich schon ein bisschen aus, konnte aber dann nochmal andere Einrichtungen auch einfach kennenlernen und deren Konzepte und das war total interessant einfach, wie unterschiedlich auch gearbeitet wird. Mit stressigen Situationen gehe ich um, indem ich mir immer eigentlich vor Augen rufe, was mein Ziel letztendlich ist, dass ich irgendwann fertig bin damit und dass dann auch wieder schönere Zeiten folgen. Was mir aber jetzt zum Beispiel auch im Berufsalltag hilft, in stressigen Situationen, ist einfach die Dankbarkeit der Kinder, wenn man mit ihnen was macht und die Fröhlichkeit der Kinder, die steckt halt auch einfach immer wieder an. Die Ausbildung habe ich begonnen, mit den Erwartungen eigentlich letztendlich im Kinderheim zu arbeiten. Also ich hatte eine genaue Vorstellung, wo ich letztendlich landen möchte. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass der Ausbildungsalltag langweiliger ist. War er letztendlich nicht, weil wir viel spielerisch gemacht haben. Wir haben viel im Ausbildungsalltag gemacht aus der Sicht des Kindes, dass wir Spiele ausprobiert haben, wir haben uns Bücher angeguckt, ganz viele unterschiedliche Sachen. Für die Ausbildung sollte man Teamfähigkeit auf jeden Fall mitbringen, weil man letztendlich in einem Team zusammenarbeitet, mit anderen Menschen zusammen. Man muss sich viel absprechen im Arbeitsalltag hinterher und generell Empathievermögen. Man muss sich immer auch in die Sicht des Kindes hineinversetzen können und hineindenken können. Genau, das versuchen wir den Kindern auch zu vermitteln, dass das immer wieder wichtig ist, auch zu wissen, wie fühlt sich gerade der andere. Also ich arbeite jetzt momentan in einer Kindertageseinrichtung. Letztendlich, wenn man die Ausbildung zur Erzieherin absolviert hat, kann man in allen möglichen Bereichen arbeiten. Man kann in Schulen arbeiten, man kann in Kinderheimen arbeiten. Also eigentlich stehen einem alle Türen offen. Ja, wenn ihr euch für die Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher entscheidet, dann wünsche ich euch auf jeden Fall auf eurem Weg sehr viel Glück. Musik Musik